Hey zusammen, es ist offiziell. Husqvarna macht ein riesen Event in Schweden. Ich darf und kann dabei sein. Wurde von Martin Götz und Husqvarna dazu eingeladen. Ich darf und kann die Kameras mitnehmen. Werd also recht ausführlich darüber berichten. Werd hier am Mittwoch losdüsen, dass ich rechtzeitig da bin. Das ist also am 17.01. wo das stattfinden wird und am 18.01. Geht über zwei Tage. Bin sehr aufgeregt, weil ich habe keinen Plan um was es da geht. Es wird nichts verraten und wird ein ziemliches Geheimnis drum gemacht. Aber es soll ein mega Event sein. Wir lassen uns überraschen. Ich bin natürlich selbst sehr gespannt und auch glücklich, dass ich dabei sein darf. Ich werde euch auf jeden Fall darüber im Laufenden halten. Also seid gespannt! Bis zum nächsten Mal!